jetzt kommt so das war auch mal in den letzten Parten die ich will wenn ich verschloss noch immer angekommen oder haben uns ganz kreativ mit der Scheißmaschinen Karl Lohr hier hat er gehofft und kräftige Kumpad vor bei Winkler Scheiß Igel und von dem Auslöschen Bildschirm das finde ich es wunderbar und jetzt ja natürlich kein Combo breit Reikert die Schuhe ab so wurde so gut wird gleich mit Angriff aus ja er kann doch schon weiter um ein gar hat der gerade gepustet er kann er war er hat morgen war das will ich jetzt jedes Mal machen ob ich gesagt habe ich muss auf was ich mir fliegt was lief ich hab nicht mehr viel okay cool wunderbar heilgemüse es schaut aus als wäre ich richtig es schaut verfügt immer danach aus dass ich richtig sein bin nö ich kann den bild so was ist das denn das ist hässlich was kann der was kann der was kann der kann mir nur sagen was er kann ich habe geil ich bin gespannt ob ich den irgendwie angreift kann attacken kann ich nur nicht also jetzt aber man macht laser kommt da du musst denn so das kann man wieder mit seinem penis alter ja ja ich bin ja schon schokolade ich habe das gefühl dass er davon steht na komm jetzt herunter hier hallo ich bin nur ein schwertkämpfer ich bin ja auch nicht viel schaden zu fügen lästert ist hässlich wirst du magst jawohl nein wieso bin ich jetzt ein snowman das ist überhaupt irgendwie solltet hier das bringt mir das jetzt okay zaubern ist also stumm schoko nicht daran gehen los lost und ich glaube auch den bogen nehmen und die lanze mein die lanze definitiv nicht nicht grad voll drauf ich bin ich bin von uns alter mal mal gespart ich ziehe ab wer hinter letzter mann eh wie du mit deinem penis alter ist so eine zunge keine ahnung genau das immer hängen du kleiner keine ahnung kopf oder ob jetzt übelst ab geht auf läster ich habe das gefühl der ist schul irgendwie ist der erst machbar aber dass ich ihn lieber sterben also das kostet definitiv weniger mana ich kann nicht zauber nein 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 wo sind die eisplatte wow lässt sich mal nicht treffen lassen jetzt habe ich den trick raus ich muss immer von von hinten kommen wollte ich jetzt sagen aber das ergeben ja so viel sind wie alles anbau ich muss davon ja wohl und das ist mein tisch geschlagen ich danke euch ich habe diese welt um den sonnenaufgang zu betrachten aber ich es mich versah hatte ich meine absichten vergessen und driftete zu ziellos umher ihr habt mir die augen geöffnet die angestaute magie wurde zu einem dichten nebel der sich in himmel erhob er überquerte gebirge und wurde zu regen er überquerte die schneewüste wurde zu regen der regen war ein symbol der vergangenen jahre und derer die geopfert wurden Dieser Blutweg erreicht auf den schwingendes Windes Schloss Lorima. Hey, jetzt sehen wir alle. Die Menschen erwachten und bedürfen, was geschehen war. Vom Eis befreit suchten sie nach der Wahrheit und klagten den König an. Es tut mir leid, Durak. Du magst nicht Altentor vielleicht nicht mit deinen Vater nennen können, aber Durak wirst du heute die Krone von Lorima annehmen. Vater, du hast eine schwere Sünde begangen. Aber Maliris ist besiegt. Wir dürfen uns nicht dem Hass der Untertrauer ergeben. Lass uns das Königreich stattdessen gemeinsam wieder aufbauen. So sollst du sühnen, Vater. Hä? Einen Moment. Ich kannte eigentlich jemanden, die euch sehr ähnlich sah. Ihr müsst euch irren. Oh, Verzeihung. Du bist Pamela. Ihr blieb wohl zu scherzen? Ich bin Mali. Ich zofe der ganzen Familie. Ich bin alt genug, um eure Mutter zu sein. Bitte lasst mich gehen. Wartet. Pamela, wir haben wir nicht erst gestern zusammen die Stelle betrachtet? Dein Herz ist so rein wie eh und je, aber ich bin mit jedem Tag älter geworden. Nichts ist grausamer als der Fluss der Zand. Ich... Pamela betrachtet Lorima aus einem weit entfernten Land. Was nun zielt, ist, dass ihr einfach der König werdet. Hä? Ich dachte, das ist Mali. Oh mein Gott. Der Blutring schmolz nicht nur das Eis, das die Menschen gab, sondern auch das Eis in ihren Herzen. Und so vergaben sie dem alten König und krönten den jungen Prinzen zu ihrem neuen Herrscher. Wow. Ich muss fast kotzen, weil das so scheiße... Ach, egal. Mein Vater hat mir gesagt, dass ihr es wart, die Mali-Riss besiegt haben. Ich verspreche über euch meinen Dank aus. Wenn ihr die Zung von Mali seht, so sprecht bitte auch ihr meinen Dank aus und lasst sie wissen, dass sie hier jederzeit willkommen ist. Und wir begeben uns jetzt in die Wildgewegnis. Nachdem ich wieder aufs Schwert gewechselt bin, müssen diese kleinen Pokepuschel zu kaputt machen. Zu kaputt machen, ja genau. Das habe ich gerade gesagt. Die Knitik. Hepp. Hepp. Schneewüste. Auf zu unserem komischen Professor Kabumm. Oder auch nicht. Er muss sich entlang. Da. Ah. Auch. Und die große Fresse, ich meine, nicht. Also, nein, ich habe nicht auch so eine Ach, egal. Ah. So. Da sind wir schon. Beern professor Kabumm. kann uns bitte ist es ist dein Kind das mit deinem besten Urschreie die Wildnis bitte mhm Zendung Professor Ka-wumm ich bin voll der Breakdancer, ich kann so viel jetzt alles in der Luft machen waaah dann fangen wir gleich wieder mal sooo alles klar, ich mach keinen Schaden alles klar, ich mach Schaden sehr viel sogar Aua ist das denn, das ist ein Gegner? ne, Aua aber er sagt Pian so Aua kaputt, 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 kaputt oh wer ist der Tod? ich ja, ich mach erst das Ding hier kaputt zack und los ok der macht schon mal keinen Schaden ah, das schwert sich mal gut aus ja, vorbei, vorbei, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist ja jawoll ja, nee, ist klar, ist klar, ist klar ich hab nicht so, dass ich irgendwie da durch will ich lass mir gern so einen Fuß verprügeln als geh mir doch nicht so auf die Eier, man das kann nicht sagen, er ist so oft verfehlen so, das geht mit dem Scheiß komm auf die Waffe, du kleiner ja so, und jetzt gehen wir den ja, genau fick mich doch noch mehr, alter ist ja gar nicht so, dass ich meine Ruhe hier hab nein, nein ja, so lass mich hier durch so, wir sind hier nämlich total falsch gewesen äh hä fuck muss ich mir noch irgendwo da springen oder so aua ja, jetzt geh mir doch nicht auf die Eier ja, natürlich vorbei warum auch nicht ja, wollen wir da doch eben doch richtig? freilich jetzt nicht boah, geworfen, ey voll der Kane Highwind, ey ah was ist denn das da oben? das ist ja wohl irgendwo für die Kette zack wo doch nicht wenn ich da nicht so ran komme so jetzt aber gut äh, Lanze zack ah nein, nein, nein fliegende Schweigen, oh mein Gott oh mein hier gibt's wohl alles oh ein des Uh-Hu-Dingens Kirchen ein Huthut ach, Läster ist ja tot oh, critical ich glaube, es ist ganz schön dumm, wenn ich jetzt Läster so tot lasse ich meine ich war auch nicht für Engelskirchen ne, er sollte sich halt nicht immer sterben lassen, ne? also, ich finde, er hat da so ein bisschen aaaaaaah verdient ja, ich komm da ja nicht mal durch, alter so Läster, dann lässt du dich jetzt sterben, ne? Alter, dann, ich sprügel die Eingeweinde aus hier raus oh, jesus christus! oh, jesus christus! mhm 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 Ok. Ok, was nehm ich nicht mal, oder? Abwehr, abwehr, abwehr. Ich hab' aber angefangen. Nimm mal... Fröstlinge. Das ist nix. Ich glaub' ich brauch' noch mal Küros und nehm'n... Ok. Ach, kann ich so hoch pushen, wie ich will, oder? Ich hab' immer die Emamelone. Nö. Ach so, muss ich ja noch raus, klar. Helm! Scheiß drauf. Ich hab's noch keine Ahnung, was ich hier mache, aber egal. Ich hab's noch nicht mal. Ich hab's noch mal... Ich hab's noch mal hab' mit. Oh, okay! Ach so, was war's! klar lässt er geht gar nix der letzte kann nichts bogen aber kräfte lästern wie ja tatsächlich in dem fäustlinge können wir schon auf das ausmachen 50 aus ausreichend schulig marmor stamm alligator clown in ganz ein paar das ist so dumm ich glaube ich lass das lieber erst mal vielleicht mal eine axt das so nicht mehr aber auch das hat mir schon immer sicher das wird ein fucking schmiede block die muss ich dann heute schlusshof und pflege muss ja auch etwas ausmachen können die angriffen wollen wir die noch nicht achts war nichts mehr doch achts hatte ich schon aber nur schmieden rüstung was immer mal wenn man elmen das hätten voll machen müssen noch geht noch so bau bau holz ich mache einfach eine scheiß Welt spielt noch mal nicht kann die daraus anrufe alles klar so schweiß noch tragen so ich bin eine freude das ist die freige ich hab den schall anordnet ich nicht gehen ist klar ist klar ein schmerziger klo achte lust wieder nachher alles selber auch alles klar wunderbar und das war für die fahrt ich hoffe ihren spaß und wir sind jetzt mussten hatten dann gut sondern ich hab morgen bis dann